Maria Lazzaro ist eine ehemalige griechische Fußballspielerin, die vorwiegend im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kam. Von 1991 bis 2004 absolvierte sie 111 offizielle Länderspiele für die griechische Fußballnationalmannschaft der Frauen, in denen sie 26-mal zum Torerfolg kam und war damit in weiterer Folge jahrelang Rekordnationalspielerin ihres Heimatlandes. Ehe sie im Sommer 2012 durch Natalia Tschetsigi-Anidou übertroffen wurde. Karriere Maria Lazzaro wurde am 30. September 1972 in der zentralgriechischen Stadt Sears geboren und kam im Laufe ihrer Karriere für verschiedene Mannschaften mit Spielbetrieb in der griechischen Erstklassigkeit zum Einsatz. Da ihr Heimatverein Panzer Aikos keine Damenmannschaft aufwies, spielte sie in ihrer Anfangszeit unter anderem für die Vereine Diana Drama oder den Nao Kavala 86, einem selbstständigen Frauenfußballteam neben dem seit 1965 existierenden Sportverein Nao Kavala. Mit der Mannschaft wurde sie 1993 griechischer Meister. Um das Jahr 1995 trat Lazzaro, die zum ersten Mal im Jahre 1991 für die A-Nationalmannschaft ihres Heimatlandes in Erscheinung trat. Unter anderem auch für den damaligen deutschen Erstligisten FC Rumeln Kaldenhausen, dem Vorgängerverein des späteren FCR 2001 Duisburg, an. Mit der Mannschaft schloss sie die Saison 1994-95 auf dem zweiten Tabellenplatz der Nordgruppe ab und schaffte somit den Einzug in das Halbfinale. Der Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Nachdem sie dort mit den Damen von Rumeln Kaldenhausen mit einem Gesamtscore von 3 zu 7 dem späteren Meister FSV Frankfurt unterlag, kehrte sie wieder in ihre Heimat zurück und spielte dort für Gäse Iliopolis. Mit der Mannschaft gewann sie unter anderem 1997 ein weiteres Mal die griechische Frauenfußballmeisterschaft. Ehe sie sich im Laufe der Jahre dem Großklub PAOK Thessaloniki, dessen Damenmannschaft vor allem ab 2006 zum Rekordsieger, mutieren sollte. Anschluss. Als Vereinsangehörige von PAOK nahm sie mit den griechischen Damen am Fußballturnier der Frauen bei den Olympischen Spielen 2004 im eigenen Land. Teil, was für die Griechinnen die erste Endrundenteilnahme an einem größeren Turnier in der seit 1991 dauernden Geschichte bedeutete. Lazaro, die auch im allerersten Spiel in der Geschichte der griechischen Fußballnationalmannschaft der Frauen eingesetzt wurde, scheiterte im Laufe ihrer Karriere mit der Mannschaft immer noch in der Qualifikation zu vier verschiedenen Weltmeisterschaften und unterlag auch in den beiden Olympia-Qualifikationen für die Olympischen Sommerspiele 1996 in Atlanta und die Olympischen Sommerspiele 2000 in Sydney. Bei den Olympischen Spielen in der Heimat folgte nach drei absolvierten Spielen allesamt Niederlagen und einer Tordifferenz von 0.11 Uhr Toren das frühe aus in der Vorrunde. Daraufhin ließ Maria Lazaro ihre Karriere als aktive bei ihrem Ex-Verein GS Iliopolis ausklingen, ehe sie sich im Jahre 2006 ganz aus dem Profisport zurückzog. Ihre Karriere beendete und fortan als Angestellte in einem griechischen Unternehmen tätig ist. Danach war sie noch jahrelange Rekordnationalspielerin ihres Heimatlandes und wurde erst im Sommer 2012 durch die 1979 Geborene und heute noch immer aktive Natalia Cetzi-Gianidou übertroffen. Die Abwehrspielerin kam bis dato bereits in 126 Länderspielen für die griechischen Damen zum Einsatz, zuletzt am 26. Januar 2016 gegen Albanien in der Qualifikation zur EM 2017. Im Laufe ihrer aktiven Fußballerkarriere wurde sie viermal Meister mit vier verschiedenen Teams, ihr Spielstil wird als durchschnittlich, jedoch mit sehr gutem Raumgefühl und einer ausgezeichneten technischen Ausbildung beschrieben. Mit ihrem stärkeren linken Fuß war sie vor allem für ihre Passstärke und ihre platzierten Schüsse bekannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017